Die Besprechungseinladung von Madeline kam am späten Vormittag in meinen Posteingang geflattert. Sie hatte keinen Betreff, aber ich wusste sofort, worum es ging. Wenn Madeline eines ist, dann hartnäckig. Den Nachmittag habe ich seither damit zugebracht, Zeit tot zu schlagen. Und so habe ich vornehmlich den endlosen Schwall von Promi-News auf unserer 24-Stunden-Nachrichten-Webseite gelesen. Die königliche Familie hat sich einen neuen fuchsroten Labradoodle zugelegt, sage ich zu Min, die mir gegenüber im Großraumbüro unserer Redaktion sitzt. Ich wette mit dir, dass sie ihn Harry nennen. Min hebt bloß eine Augenbraue. Ich habe die letzte Stunde mehrfach versucht, sie in ein Gespräch zu verwickeln, obwohl ich weiß, dass sie eine Deadline hat. Ein Reminder, den ich nicht benötige, ploppt in meinem Terminkalender auf. Ich schaue zu Madelines Gold-Fischglas-Büro und sehe, wie sie wild gestikulierend auf zwei Marketingleiter einredet. Ich blicke erneut durch den Raum und sehe die beiden Marketingtypen verdruckst davonschleichen. Entschlossen klappe ich meinen Laptop zu und stehe auf. Durch die offene Tür sehe ich Madeline in ihrem weißen Ledersessel sitzen, die Augen fest auf den Monitor vor sich gerichtet. Ohne aufzuschauen, ruft sie meinen Namen. Ben, nur nicht trödeln. Es gibt keinen Grund, sich deswegen gleich aufzuregen. Ich betrete ihr Eckbüro, dessen deckenhohe Fenster einen unverstellten Blick auf die Tower Bridge gewähren. 29,4 Millionen, sagt sie, den Blick immer noch nicht vom Monitor hebend. Knapp drei Prozent runter und diese beiden Clowns wollen mir erzählen, ich müsse mir keine Sorgen machen. Wir liegen keine zwei Millionen User vor der Mail online. Ich habe nicht vor, unsere Erstplatzierung unter meiner Obhut zu verlieren. Sie erwartet keine Antwort und ich gebe ihr auch keine. Stattdessen gehe ich um den riesigen Konferenztisch herum und setze mich ihr gegenüber. Außerdem rege ich mich gar nicht auf, fügt sie hinzu. Ich weiß, dass das hier eine schwierige Zeit für dich ist, Ben. Der Todestag deiner Mutter rückt näher und wir alle werden in Gedanken bei dir sein. Ihre Stimme ist aalglatt. Sie hat das hier einstudiert, doch ich habe nicht vor, mich einlullen zu lassen. Deine Mutter wäre so stolz auf das, was du erreicht hast. Uns allen hat es vor zehn Jahren das Herz gebrochen. Wenn sie dich heute nur sehen könnte. Eine der besten True-Crime-Reporter des Landes. Es war ein ziemlich langer Weg, Ben. Ein wahrer Triumph über diese Tragödie. Es ist an dir, die Geschichte zu erzählen. Egal, wie oft wir das hier diskutieren, erwidere ich. Die Antwort lautet immer noch Nein. Ben, ruft sie aus. Du hast mir noch nicht mal bis zum Schluss zugehört. Ich weiß, worauf du aus bist. Aber das bin nicht ich. Ich schreibe investigative Storys. Keine rührseligen Dramen. Ich bin hier doch nicht auf reißerische Schnulzen aus. Es wäre schlicht die Wahrheit. Emotional, bewegend, ungeschminkt. Eine Erlösung. Die wahre Geschichte. Erzähl von dem Mann, den alle in diesem Land so schätzen. Tja. Ich bin nicht daran interessiert, aber Millionen von Menschen sind es, Ben. Du unterschätzt, wie sehr du den Leuten am Herzen liegst. Was Nick widerfahren ist und dann der Tod deiner Mutter. Alle erinnern sich. Die Leute wissen, wer du bist und glauben, dass sie eine echte Verbindung mit dir haben. Sie steht auf, kommt um ihren Schreibtisch herum zu mir und hockt sich auf die Tischkante. Und sie wollen lesen, was du in deinen eigenen Worten darüber zu schreiben hast. Und zwar in unserem weltweiten Exklusivbericht. Ich schüttle bloß den Kopf. Madeline, du weißt, was ich über diesen Artikel denke. Ich habe dir gesagt, dass ich ihn nicht schreiben werde. Und das wird sich nicht ändern. Ben. Sie steht abrupt auf, durchquert das Büro, um die Tür zu schließen, und dreht sich dann wieder zu mir um. Ich werde ganz offen sein. Unsere Zahlen befinden sich im freien Fall. Wir stehen mächtig unter Druck. Wir brauchen eine große Story. Die Antwort ist immer noch Nein. Meine Reportagen ziehen mehr Leser an als alle anderen Artikel. Und dann bleiben genau diese Leser, um den reißerischen Tratsch zu lesen, den du Nachrichten nennst. Madlins Augen blitzen auf und kurz glaube ich, dass wir hier fertig sind. Dann entspannen sich ihre Schultern. Du hast es selbst gesagt, schiebe ich. Ich bin der beste Journalist, den du hast. Eine Auszeichnung macht dich nicht zu meinem besten Journalisten, nein, denn es sind gleich zwei und die einzigen Auszeichnungen, die diese Seite je gewonnen hat. Wir sind nicht hier, um Auszeichnungen zu sammeln, sondern Leser, entgegnet sie. Und wir brauchen mehr von ihnen, und zwar schnell. Ich drehe mich auf dem Stuhl zu ihr herum, als sie von der Tür zum Fenster schreitet. Ich werde es nicht tun, Madlin. Das musst du akzeptieren. Du wirst nie auch nur ansatzweise ahnen, wie es war. Nicks Gesicht auf sämtlichen Titelseiten. Das von Mom. Meins. Ich verspüre keinerlei Wunsch, das letzte Fitzelchen Privatleben, das ich für mich behalten konnte, auch noch zu veröffentlichen. Es ist nicht die Antwort, die sie hören will, und ich sehe den Ärger in ihr aufsteigen. Sie trommelt mit den Fingern auf der Tischplatte. Schmallippig lässt sie sich in ihrem Sessel nieder und beginnt, auf ihre Tastatur einzuhacken. Nachdem sie nichts mehr sagt, gehe ich davon aus, dass ich vorerst entlassen bin und erhebe mich erleichtert, um zu gehen. Aber gerade als ich die Tür erreiche, ergreift sie wieder das Wort. Und, Ben, bist du je auf den Gedanken gekommen, dass, wenn du die Geschichte nicht schreibst, jemand anderes es tun könnte? Ich halte inne, ohne mich umzudrehen. Und, wenn sie das tun, werde ich nicht kontrollieren können, was sie womöglich schreiben. Ich hoffe, euch hat die Höhbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Falls ihr das Hörbuch schon gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert. Hörbuch部分 WiFi